Ähm, Petra, hör mal, was isst du gern? Ich? Na ja, ich esse gern Gemüse. Was für Gemüse? Tja, ich esse gern Karotten natürlich, aber auch Spinat, Radieschen, Kohl und Gurken. Und schmeckt mir auch gut Äpfel, Birnen, Melonen. Aber Fleisch mag ich nicht, nö. Und du, Peter, was isst du gern? Ja, ich esse gern Hamburger und Pizza, aber Pommes mit Ketchup und Mayonnaise esse ich am liebsten. Und Obst und Gemüse? Obst und Gemüse? Iiiiih, pfui, nö, wie eklig. Was, du ein Hase isst Hamburger und kein Gemüse? Du bist mir aber ein komischer Hase. Weißt du, Petra, ich bin ein moderner Hase.